Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Borderlands 2. Ja, wir sind hier bei Claptron auf Claptrons Schiff und wir werden es jetzt ins Wasser lassen. Das will er zumindest von uns. So, Claptron. Haben wir gemacht. Okay. Wo ist er? Ist er da reingegangen? Kann ich da auch reingehen? Hä? Muss ich... Oh, nicht runterfallen. Was muss ich denn machen? Ach, ich soll hier durchgehen. Okay. Alles klar. So. So. Gehst voraus! Sag den Einheimischen, was wir für meine Heimkehr-Party benötigen. Ich bleibe hier, bis sie alles geschafft haben. Erstens, Weiber. Logisch. Zweitens, Kerle. Aber nur hässliche. Ich will ab, ab. So, wacke hoch und atme nach. Die Mädels sehen diese Ekelbrocken und zack, stehe ich da wie eine Eins. Yee, hau ab, du perverser Wabotar. Du federst mich an. Wieso weinst du? Ich wusste gar nicht, dass Roboter weinen können. Pass auf, wenn ich dich in den Arm nehme, hast du aufzuweinen, ja? Aber nicht reden wir in diesem Schubfach auffallen. Oh Gott, was ist denn das? Motoröl? Sondern dann heißt es, Claptrap! Rette mich von den Ekelbrocken und rammle mich ins Knie. Ich habe mich tot wie Schnitt. Rettet, wir brauchen alles, falls die andere Tour nicht funktioniert. Viertens, Luftschleifung. Oh, du armer, armer kleiner Claptron. Die geht's ja so schlecht. So, wir müssen weiter. Hier. Da kann ich hier... Ey. Sanctuary ist für euch gesperrt. Ihr Blutschers könnt in eurem Loch bleiben. Ich seh dich! Super. Warum lauft ihr jungslich zurück in euer Camp? Oh, gute Idee. Ich glaube, wir drehen um und verziehen uns in unser... Pandora ist gewalttätig und gefährlich. Sanctuary ist kaum besser. Du brauchst einen Wagen, um das Stadttor zu erheißen. Geh zum Clatcheride. Ein Wagen. Ein bisschen rum... Oh. Alter. Scheiße. Lad nach. Boah. Ha. Hast du aber gedacht, du... Fette Scheißviech. So. Ich hätte gerne mal wieder eine Waffe... Für diese Muniz... Ne, nicht für diese Munizierung, sondern... Ja. Zeig ich euch gleich, wenn ich... So ein Paket finde. So, das nehmen wir auch alles mit hier. Was war das denn? Blauer Schild? Das will ich mitnehmen. Was lasse ich denn dafür jetzt fallen? Die hier. Damit kann ich doch garantiert irgendetwas machen. Genau. Dafür kriege ich Skillpunkte. Fürs Fahrzeug sogar. So. Oh. Okay. Scheiße. Scheiße. Alter. Brenn, du Scheißviech. Ein lähmender Schlag. Jetzt nimm dir sein Feld. Diese Probe ist perfekt. Bitte sammle noch ein paar mehr. Ja, klar. Mach ich doch glatt. Was können wir hier denn machen? Aha. Dieser Automat wird digital ein Fahrzeug für dich generieren. Probier es aus. Wow. Nicht autorisierter User auf meinem Kühlergrill. Versuchst du mein Catch-a-Ride zu hacken? Uncool, Bruder. Uncool. Verflucht. Äh, sorry. Verflixt. Ein Mann namens Scooter kontrolliert diese Catch-a-Ride-Automaten. Er hat vielleicht ein paar Chromosomen zu wenig, aber mit Autos kennt er sich aus. Er hat diese Station gesperrt, damit Banditen sie nicht benutzen können. Aber ich registriere einen inaktiven Hyperion-Bot im Camp der Bloodshots. Wenn du seinen Interface-Adapter an das Catch-a-Ride anschließen kannst, hacke ich die Station und besorge dir ein Gefährt. Aha. Oh, Munition. Das hier wäre nicht schlecht. Geile Sache. Ja, ja, ich werfe dir gerne meine Kohle in Rachen. So. Also haben wir ein neues Ziel. Brenne. So. Du kriegst jetzt auch fett auf die Fresse, ey. Alter, der hat ein Schild. Alter, was ist der denn für einer? Heftige Scheiße. Er kommt. Er kommt. Tja, das glaubst du auch nur du selber. Ha. Ich kann dich wohl töten. Hab genau in dem Moment keine Munition mehr. Tja. Können wir noch irgendwas loswerden? Ja, können wir. So, dann nehm ich die auch gleich, weil... Wegen aus Munitionsgründen. Die hier war das. Alter. Alter, alter, alter. Alter, alter, alter. Zwerge liebende Drecksäcke. Ich spiele sie hier. Zwerge liebende Drecksäcke. Ich spiele sie hier. Ich spiele sie hier. Ich spiele sie hier rechts. Oh, verdammt. Ah, hinter die Mauer. Alter, Schwede. Ich renne mal gerade zurück und hol mir ein neues Leben. Ja, vielleicht manchmal so ist besser. Wenigstens auf der sicheren Seite, dass ich jetzt nicht noch verrecke. Das will ich nämlich nicht. So. Okay. Oh ja. Schau dir das an. Ich will das da haben. Boah, die sind beide gut. Ach, wenn ich nur genug Platz hätte. Ah, hier dieser. Wie haben wir denn ausgewählt davon? Gar keinen. Ach komm, dann kommen auch beide weg. Hab ich die jetzt mitgenommen? Das Schauschützengewehr? Nee. Nee. So. Dann schauen wir mal noch, was es hier so an Munition gibt. Hier, für diese Munition. Die Waffe hätte ich gerne wieder. So, dann kloppen wir das Ding da hinten jetzt rein. Und dann kriegen wir ein Auto. Ach so, da oben. Phasenverschiebung wird ausgeführt. Aha. Verregelung widerrufen. Warte kurz. Ich hacke das Catch-A-Ride. Ha. Autorisierter User akzeptiert. Gute Fahrt. Es liegt ein Pimento Taco. Ein Piment Taco im Handschuhfach. Cool. Fordere noch ein Fahrzeug an. Fahrzeug 1 und Fahrzeug 2. Fahrzeug 1 und Fahrzeug 2. Was kann man denn alles hier machen? Ach, zum Fahrzeug Teleportieren. Okay. Ah, mir gefällt das Blau. Aha, okay. Und wie fahre ich jetzt? Ah. Ein echter Chameur. Okay. Du solltest dir jetzt an jeder Catch-A-Ride-Station ein Fahrzeug besorgen können. Jetzt nimm dir eins und springe über die Schlucht. Ja, toll. Das hat ja super funktioniert. Alter. Das kann doch nicht so schwer sein. Na gut. Machen wir es nochmal mit ein bisschen Präzision. Sowas von präzise. So. Wie kann man diesen Boost eigentlich aktivieren? Das ist Bremse. Okay. Da steigt er um. Wenn ich auf X drücke, steigt er wahrscheinlich aus. Ja, tut er. So, da rein. Da kommen wir auch so rüber. Jawoll. Sehr gut. Jetzt auf nach Sanctuary. Finde Roland. Er will den Kammerjäger kennenlernen. Der Handsome Jack, die Stem geboten und überlebt hat. Manche Alben leidige ich euch bei gegen. Ihr seid so frei von Dingen wie Tätens, Moral, Kultur, Ehre, Ehrgeiz, gutem Aussehen. Ich könnte noch weitermachen. Ich weiß nicht. Aber ich könnte. Was ist das denn? Hmm. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 So, ich glaube, hier sind wir richtig Alter Ich dachte, da kommt man so rein, was soll der Scheiß denn? Ich bin super! Ich bin super! So, komm ich jetzt vielleicht umsonst rein? Ach nee, da steht doch noch einer Ey du! Hallo! So, kann ich hier irgendwas machen? Nee Kann ich nicht Oh, wir haben auch schon derbe Überlänge Aber wir machen jetzt so Ich bin auch gar kein Sanktuary rein, ihr Skeglecker! Ich bin auch gar kein Sanktuary-Skeglecker! Den wir brauchen, um die Schilde der Stadt aufrechtzuerhalten, zurückgekehrt ist Bring Reese nach Sanktuary Dann bist du einer der Raiders Okay Roland hat dich kontaktiert? Gut Hör auf das, was er sagt Er kann uns helfen, Jack zu besiegen Ja, ich möchte da jetzt gerne rein Wie wär das denn mal? So Oh, da hinten schon wieder hin Na ja Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen Und wir sehen uns in der nächsten Folge Macht's gut Euer Migidi Und ciao!